Ungefähr, wir haben hier um 6.30 Uhr angefangen. Ich muss vorher auf deutsch sein, ja? Ja, also gehe ich machen. Langwutsch, deutsch, 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 deutsch. Oh, ich glaube, Minecraft hat sich aufgehängt. Willkommen zurück, ihr kleinen Lobbys, bei mir, ihre Lobbios LP. Und wir spielen heute Wism zusammen mit dem Mac Manious. Hallo, wir spielen heute Wism, wirklich? Ja. Ich habe gedacht, das ist Minecraft Vanilla. Nein. Es wäre besser. Ja. Öh. Richtig geil. So. So, und jetzt werden wir... Ja. Ich sage, nee, nur so gut. Okay. Gut, ich habe alles soweit zusammen. Jetzt will ich erstmal meinen Obsidian habe ich ein. Hier Obsidian brauche ich denn. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt erstmal eine Kiste... Ach so, genau. Ich hatte ja hier die zweite Etage schon mal gebaut. Was macht denn der in meinem Haus? Wer? Da ist ein... Böser... Hatte ich mir nicht ein Schwert gemacht? Hatte ich mir in der letzten Folge kein Obsidian? Ach so, da ist das Obsidian. Genau, ich wollte es ja abbauen. Ich bin schlau. Ich habe schon alles... Machen der in meinem Haus... Äh... Ein Classic Enderman? In meinem Haus ist nicht gut, oder? Classic Enderman? Doch. Dann kriegst du den einfach wegnatzen? Hast du den Dierschwert? Nö. Ja, mit Eisen sollte es auch gehen. Warte mal. Stimmt, ich brauche noch Essen und alles. Alter, Verwalter. Wir müssen heute viel schaffen in der Folge. Und den baue ich jetzt auch erstmal weg. Der kommt nämlich... Machen wir es mal den Enderman hier. Dein Blatt. So, was brauchen wir dafür? Das brauchen wir... Beschriebenes... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Uh, hast du weg? Das ist jetzt einfach so geschlagen oder was? Teilt ich ja. Das war eine billige Nummer hier. Hey Enderman! So, dann würde ich jetzt sagen... Hast du das Spiel auf Deutsch? Nö. Okay, wenn du den... Pass, es ist Minecraft auf Deutsch zu spielen. Wenn du den Zaubertisch benutzt, den ich habe, solltest du das Spiel auf Deutsch haben. Warum? Weil es dann abstürzt. Was, weil? Weil es dann abstürzt. Wenn ich es auf Deutsch habe, stürzt es ab oder stürzt es nicht ab? Nein, nein, stürzt es nicht ab. Okay, und wenn ich es auf Englisch habe, stürzt es ab? Ich glaube ja, ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es nur auf Deutsch ausprobiert. Mhm. So, ich habe ihn jetzt fertig, den Zaubertisch. Und dann werde ich jetzt mal gucken, wie ich mein Schwert verzaubern kann. So. Mhm, mhm, mhm. Oh, da toll. Na super. So. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das ist wohl eher wichtig in meinen Augen. So, jetzt brauchen wir mal ein Schild, meine lieben Freunde. Lass mal hier erinnern mich. Endlich mal, wir dürfen nämlich eine Kiste sichern, falls wir herausgefordert werden. Und, ähm, in dieser Kiste, da sind die ersten fünf Slots quasi safe. Ich kann jetzt schärfen, ich kann alles voll aufdrehen. Bei meinen Verzauberungen. Ja, warte, ich komme mal rüber. Vergiss nicht, das Spiel auf Deutsch zu machen. Nee, ich muss erst mal mein Schwert, da habe ich nicht vergessen. Lups. So, das Schwert. Kann ich Rückstoß und Verbrennung nicht zusammen machen? Was wirst du zusammen machen? Äh, Rückstoß und Verbrennung. Aha. Gute Frage. So, warte mal, ich komme mal zu dir, gehastet. Wie geil. Au. Bam, 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 bam. Oh, ich sehe gerade, die Kamera ist aber ganz schön scheiße eingestellt hier. Verbrennung. Müssen wir das mal so hier machen. Ja, das ist besser. Habe ich das nicht hier so optimal? Moment. Da. Genau. Die waren nämlich über der Minimap. Das ist blöd. Sollte ich Schärfe machen? Bei meinem Dia-Schwert? Naja, Schärfe ist immer gut, ne? Ja, ich weiß, aber fehlt der Rückstoß. Aber ich habe es jetzt einfach gemacht. Wo bist denn du? Oben, unten, überall? Ich bin unten. Kannst einfach mal runterkommen. Boah. Darf ich dich einmal schlagen damit? Äh, nee. Ich weiß nicht, ob ich da tot bin. Hast du da eigentlich die Zeit im Blick? Ähm, äh, ja. Ungefähr. Wir haben hier um 6.30 Uhr angefangen. Kannst du auf Deutsch sein, ja? Ja. Also, gehe ich mal. Lang-U-Butsch. Deutsch. 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 Oh, ich glaube, Minecraft hat sich aufgehängt. Ah, nee. Fertig. Gut. Magenta-Krüst. Rück zum Spiel. Aufklicken. Okay, ähm. Ist das deine Eisenrüstung? Achso, nee, das ist meine. Ähm, zack. Kann ich hier Schärfe. Voll ist Ruhe. Dann kann ich... Welches Level hast du denn? Warte mal, ich habe Level 17. Ich brauche Gold. Scheiße. Verbrennung, Haltbarkeit. Das musst du einzeln machen. Ich habe eben geguckt. Also, wenn ich jetzt noch mal... Also, du kannst mehres machen. Also, du kannst mal Schärfe 4. Genau, das zieht ja... Und dann hast du das E gedrückt oder das R oder was? Das E. Okay, dann kann ich jetzt noch Rutschdoss. Nee, kann ich gerade nicht mehr machen, glaube ich. Weil meine Level sind weg. Wie viel Level hattest du denn? Wieso? Achso, alles klar. Ich hatte 17. Jetzt habe ich nur noch irgendwie nur noch 5. Okay. Ich habe nämlich 26 gehabt. Ich habe jetzt noch 14. Hast du zufällig... Nur so eine kleine Frage. Zufällig Magenta Crystal Shards? Muss gucken. Wieso wohnst du eigentlich so fucking weit weg hier von meinem Haus? Ich weiß es nicht. Es ist ja kein Haus. Von meinem Turm. Also, theoretisch könnte ich mit meinem Air-Sigil da immer hin und her fliegen. Aber naja. Wee! 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 Gut, ähm, 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 irgendwas wollte ich jetzt machen. Ich wollte mir eine Axt machen. Ich habe kein Eisen. So, jetzt sag mir nochmal, was du haben wolltest. Ähm, ich wollte Magenta Crystal Shard haben. Ich muss schon mal kurz gucken, wie das aussieht. Magenta. Magenta ist so lila. Pink mäßig. Magenta Crystal Shard. Ähm. Genau. Mal gucken, ob mein Regenbogenbaum fertig gewachsen ist. Ist es dunkel draußen? Nee, stark. So sieht er aus, okay. Ähm, oh, ich habe, ich habe, äh, Light Blue, Yellow, aber kein Magenta. Nein, dann muss ich erstmal wieder auf Suche gehen. Das ist blöd. Ja, das stimmt. Das ist blöd. Ja, er ist gewachsen. Super duper. Warte mal, was würde ich denn eigentlich machen? Habe ich eigentlich hier, Bums, dieses, dieses. Warte mal, ich hatte doch hier das Buch da noch bei. Ich wage mich gerade zu erinnern, schon ein paar Tage her, wo wir mal aufgenommen hatten. Hätte ich doch dieses Buch hier drauf geschmissen. Ja, genau. Blank Rune. Ach so, dann braucht man dieses 500 Essenz. Ah. Jetzt ist gerade die große Preisfrage dieses Essenz. Warte mal, wie kriegt man das? Bei Aros Magica. Julia hat er auch nicht nochmal aufgenommen. Das ist doch alles scheiße. Ich baue jetzt nochmal den Regenbogenbaum ab. Vielleicht habe ich ja Glück mit Goldäpfeln. Ich weiß, wie man die Essenz kriegt. Ich weiß noch gerade nicht, wie man es baut. Das ist das Problem. Da machen wir mal was anderes. Und zwar, wir wollten ja noch Blood Magic ein bisschen machen. Das heißt, Blood Magic. Ich habe es mal, falls du den brauchst. Für den Orb. Ne, warte mal, ich muss erst mal den Altar bauen. Ich habe noch nicht mal den Altar. Altar habe ich ja. Ne, warte mal, habe ich den Altar? Mal kurz gucken hier. Und ja, ich weiß, dass hier irgendwo Dingsbombs, warte mal, hier irgendwas, habt ihr gesagt, wenn ich hier runterlaufe, ist hier irgendwas bei mir. Ja, irgendwas ist da halt. So. Ich wollte mal irgendwas zum Fliegen, beziehungsweise, dass ich keinen Fallschaden kriege. Es geht mir nicht voll auf den Sack her, die leider mal runterzulaufen. Ähm, ne, ich habe noch kein, ich habe leider noch kein Altar. Kannst du den nicht bauen? Du baust ja nur einen dir. Ja, ja, habe ich, kann ich, mache ich. Gut. Der ist zu tief gebaut. Okay, ich habe zu viel Zeug dabei, definitiv. Das war die Mobfarm. Da ist Holz. Ähm. Mal überlegen. Sattel. So, warte, ein DIA. Ein DIA, ein DIA, ein DIA, ein DIA. Wenn nicht, ich habe auch welche. Ne, ne, da sind sie. Passt schon. Oh, Mann. Ähm. Zack. Ähm. Mal hier ein bisschen Licht kurz machen. So. Ähm, Diamantos. Diamantos, Perfektos. Äh, okay. Wiii. So viel Scheiße. Gold, Diamant und... Moment, was war in der Mitte? Ach, ein Ofen. Auch mal Steine. Steine haben wir unten. Zwei Gold. Äh, Diamant. Gut, und die Steine haben wir alle unten. Wir könnten uns mal noch einen halben Stack... Oh, ne, Kohle habe ich noch einstecken. Super. Willst du dich vielleicht ins Bett kurz legen? Und du, Kai, reicht, wenn du dich ins Bett legst. Ich bin gerade auf meinem Baum drauf. Das heißt, du kannst dich gerade nicht ins Bett legen? Ne. Aber ich kann ja... Ja, ich auch nicht. Ich habe eine Fackel. Die bringt auch Licht. Passt eigentlich. Oh. Bang. Was passiert? Ich bin runtergefallen. Worunter? Nichts, alles easy. Okay. Das kenne ich. Das ist mir auch schon passiert. Das war gerade peinlich. Alter. So, warte hier. Ein ganzes Dach wieder aufsammeln. Pum, peng, 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 peng. Plums, 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 plums. Ja, zack. Alles wieder aufsammeln. Aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. Ja, sehr schön. So, zack. Das muss da hin. Das brauchen wir erstmal nicht. Das muss da hin. Da hin. Boah, wie viel Gedöns hier rumliegt. Alter Verwalter. Warte, dann ist meine Brustplatte. Ach, da ist er. Brauchst du irgendwelche Farben? Nö, aktuell nicht. Okay. So, gut. Ach so, eine Axt hat man auch noch. Hier müssten auf jeden Fall eine Menge Steine drin sein. Ja. Kakao, Bohnen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, warte mal. Dann eins, zwei, drei, fünf. Einen brauchen wir. Dann hier ein paar Steine rein. Durchbrutzeln. Eigensprechen ja die. So. So, ich habe jetzt 21 Goldäpfel. Das sollte auch erstmal wieder reichen. Hm. Wie viel? 21? Ja. Boah, da kannst du mir nochmal klappenpaar abgeben, Mensch. Oder wie viel kann ich noch rausgeben? Warte mal, hier ist noch ein übelst guter Goldapfel. Den muss ich mir erstmal rausgüntern da. Rote Wolle brauche ich eigentlich. Egal. Ich habe hier so viel Scheiße gerade rumliegen. Sag noch nicht. So viel Scheiße? Heißer. Nee, Quatsch. Mir egal. Ähm. So. Zack. Da. Zack. Zack. Ja, so war es dann doch. Ähm. Genau. Lups. Lups. So, jetzt haben wir schon mal den Blutaltar. Mh. Mal gucken, wie setze ich den jetzt am dümmsten mal hin? Oh Gott. Hier. Dann brauche ich noch ein paar Slabs. Ich will eigentlich auch beim Blutaltar ein bisschen weitermachen. Aber gerade ist hier so viel Scheiße, was hier runtergefallen ist. Ah, da ist es nicht. So viel Gedöns. Nein. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh, ich muss noch eins tiefer bauen. Letzte Problem. Okay, hier im Wasser sind auch noch ein paar Goldäpfel. 24. So, Blutaltar, 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 Blutaltar. Wir müssen vielleicht ein paar Titans töten. Wo man so gut ändert Titans. Ah. So, ähm, ich habe jetzt gute drei Goldäpfel und normale Goldäpfel 24. Gut. Ähm, warte mal, Blutaltar. Was muss ich in dem Blut? Ach so, ich habe jetzt gerade diesen Stein nicht zum Abzapfen. Gut, dann muss ich jetzt mal schnell die Mobfalle bauen. Oder fertig bauen. Die habe ich ja schon angefangen. So, warte mal, wir müssen auf jeden Fall, wir das so hier, dann mal hier noch ein bisschen was ausbauen. So, einfach hier mal so ein... Warte mal. Nee, purple. So, easy peasy. Mal kurz, Moment, wo sind meine Fackeln? Fackeln, 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 fackeln. Ähm. Zeitlich, vier Minuten, glaube ich. Was noch? Ja. Vier oder fünf Minuten haben wir noch. Ist aber nicht viel. Ja, das stimmt. Ich versuche jetzt nochmal schnell an diesen Crystal da zu kommen. Aber bestimmt ist hier nichts. So. Das ist wieder was für Dingens. Zaubern, zaubern, zaubern. Ich mache jetzt was ganz anderes. Das hat ja gar keinen Sinn so. So, das. Das müssen wir wegkloppen. Oh, ich habe jedes Mal so viel Hunger. Das gibt es gar nicht. Auch so blöd, dass das eigentlich hier so durchgeht. Ähm. So. Zack. Ah, da habe ich ja noch Eisen. Gut. Ich habe mich schon gewundert. Da würde ich fast sagen, dann... Das ist blöd. Was denn? Dann werde ich mein Altar ein bisschen aufrüsten. Aber erstmal suche ich mir jetzt so einen Titan. So. So, warte mal. Das... Die, denke ich, laufen problemlos von alleine hier rein. Die lieben Mobs. Ich hoffe es zumindest. Laufen die alleine in so ein Loch rein? Die Mobs? Die Mobs an ein Loch. Also sie würden in dunklen Räumen spawnen. Ja, ja. Das ist schon klar. Aber... Deswegen machen wir den Raum jetzt hier gerade mal dunkel. Weiß ich gar nicht. Ich will mir auch noch eine Monsterfalle bauen für mein Blutaltar. Ist es jetzt richtig dunkel hier? So dunkel ist der Mobs spawnen? Äh... Irgendwie nicht, oder? Da sind noch welche. Na ihr? Der hat nun... Der hat auch nur ein Schwert. Hm. Ist hier noch drin, ist da noch einer drin? Weil du... Das Licht, ja. Diese Kiste. Hier vielleicht. Unten. Irgendwie von da unten. Dann laufe ich jetzt nochmal schnell zurück und dann können wir auch gleich die Folge beenden. Hm. Nichts geschafft. Nichts geschafft. Außer ein bisschen was zu verzaubern. Das war auch blöd. Und ein bisschen den Regenbogenbaum abgebaut, den ich da hatte. Muss aber noch einer hin. Ich muss ja weiterkommen da. Ach ja. Hier ist ein Wanderer. Immer noch derselbe. Vom letzten Mal. Am ich wohl das Licht herkommt? Jetzt mal ohne Scheiße. Das war ein Blödsinn. Vom Shader? Hm. Hm. Also ich kenne... Hm. Lumps. Federvoll verpacken wir noch ein bisschen hier. Hm. Hm. Komm, bau den Stein ab. Okay, dann würde ich jetzt sagen... Warte. Warte. Okay. Wegen mir können wir beenden. Alles klar, Leute. Also, wir sehen uns das nächste Mal bei Rhythm. Schaut bei Tino vorbei. Und ja. Und natürlich bei Lobby. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Tschüss. Tschüss.